Oh, schick, schick, schick. Also das haben sie wirklich raus, ne? Umgebung bauen, Lichtstimmung und Erkundungsdrang und Wahn. Ist schon echt gut. Wohnbezirk. Oh, sind wir da? Hallo? Ist das hier eine Reisplantage? Batal. Hier soll es doch einen Teleportationspunkt geben, oder? Färberei, alright. Ah ja, ah ja. So, mal eine kleine Übersicht geben. Ja, sieht gut aus. Könnte man sagen. Oh, Flammenpalast. Ich bin gar nicht da. Okay, ich bin hier wieder unerlaubt. Mach ich mal das Licht aus. Okay. Okay. Müsste es doch Cremoirs geben, die es sammeln kann. Ja, die lege ich noch. Mache ich. Dankeschön. Okay, okay, okay. Kann ich hier unten noch irgendwas machen? Oben bin ich schnell durchgehuscht. Und jetzt haben die mich da runtergeschubst. Ziemlich weit. Jetzt bin ich hier. Es ist natürlich jetzt eine... Jetzt habe ich einmal ein Labor der verbotene Magie betreten. Einen toten Drachen, einen verbesten Drachen und ich darf mir nichts mitnehmen. Es gibt keine Magie, die mich stärkt. Nichts. Außer ein Buch. Dreimal verdorbene Stille. Immer noch kein Teleportationskristall gefunden. Meine Fresse. Was ist denn hier verkehrt? Ah, jetzt weiß ich, warum... Okay. So, ich komm. Ich komm. Also gibt's von hier oben doch da. Da geht's runter. Wieso klappt denn das nicht mal mit dem Timing? Ja, die Klasse ist halt... Er greift es da. Ne, Golem. Ach, du Scheiße. Wieso klappt's mit dem Schwung nicht mehr? So viele Drecksmonster. Und weg. Ich seh doch nix. Man trifft doch diese Dreckshunde. Oh, und noch ein zweiter. Oh, und noch ein zweiter. Hä? Okay, er ist schon da. Jetzt schnell. Warum trifft er das Zeichen nicht? Ich habe nicht mal ein Fadenkreuz, wo ich hinziehen kann, dass ich weiter hochschlagen kann. Die Zeichen an den Armen sind extrem schwer zu treffen. Weil du A schlecht kletterst. Und B schlecht trist. Guck dir das an. Ich weiß nicht. Du musst erst den richtigen Platz finden. So, kann ich gleich. Ne, gucke schon. Treffe ich wieder nicht. Wieder nicht. Er ist weg. Sehr gut. So, und der letzte ist wahrscheinlich wieder unter dem Fuß. Oder am Kopf. So, der ist down. Okay. Nummer zwei. Okay, 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 okay. Danke, dass du seinen Arm bewegt hast. Okay, 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 okay. Den hole ich mir, den hole ich mir. Yes. Ah- So, okay. Oh. Ah, den kann ich gar nicht treffen, nur wenn er unten ist. Komm schon! Am da, am da, am. Oh, shit! Okay. Das war ein harter Kampf, holy moly, so viele Monster auf einmal. Sehr gut, nur noch zwei Level, dann kann ich wieder wechseln. Na klar, jetzt stehe ich hier und wechsle den Akku von der Lampe und was passiert? Er kommt. Komm runter! Ja! Ja! Oh, die hat mir das. Was? Oh, ist ab, oh! Wir gefangen. Ah, falsch, das ist. Ah, du bist gefroren! Und eine fest! Wasser! Äh, dürfte ich vielleicht mal irgendwas zu Ende bringen? Was ist denn hier noch los? Was? Es ist ein Schuss! 본ine Schuss! Hm. Wie ist das? Wie ist das? Was ist das? Ich bin da. Was? Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ah, shit. Okay, ich muss ihn erst noch schwächen. Ah, knappe Kiste, ey, fast ins Auge. Das war ins Auge. Ja, bleibt schön gefroren. Und Kotz! Mitten in den Schwachpunkt. Oh, der hat gesessen, Freundchen. Ah, nicht geschafft. Entschuldigung, ich habe keine Ausdauer, aber ich muss den Finisher setzen. Und das nächste Mal, heim im Oli. Also, heute fallen die Viecher. Oh, Gott, ich bin doch vergiftet. Aber wenn du es willst. Ist doch noch gut, dass ich den Stundenkampf gegen den anderen Halbtrachen hatte. Oh, shit. Aber die Vergiftung ist scheiße. Genau wie die Verbrennung. Hey, Rie, komm her. Wolltest du bitte den Drachen hochklettern? Nee, kann er nicht. Oh, Blitzmien. Du bist halt nicht schnell genug weg mit langsamen Angriffen. Das ist der Nachteil von, ähm, dem Krieger. Wie so häufig, dass du deinen Angriff richtig planst. Ah, ich habe immer noch Gift. Oh, Explosionsminen. Ich glaube, das sind so Erzmagie-Zauber, die die Drachen beherrschen. Kann ich von den Drachen eigentlich den Schwanz abhauen? Oh, der hat gesessen. Die, die die Attacke bringt. Oh, noch eine Stichattacke. Gib mir Ausdauer. Komm, 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 komm. Das geht direkt mit CTX-Schaden. Aua. Komm, steh auf. So, jetzt macht ihr ja Doppelangriff, oder was? Ja, Doppelmina-Milja nach. Ja, schon eine Weile bin ich vergiftet. Und wieder Angriff. Ich kann Flüge und Schwanz treffen, aber er ist so schwammelig. Ich hatte erst mit diesem Animations-Lock zu arbeiten, deswegen mag ich ganz schwere Waffen nicht so. Ja, das ist so. Miniat trif activist. und Minen ja, der Drache blockiert natürlich oh, du gehörst mir oh, mach einen oh, heid um bitte ah, wenn's nicht mehr vergiftet, ey Aua Autsch und abhauen okay, sie haben ihn gekontert, sehr gut Autschi oh, Double Explosion stehst aber genau in Meteor ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann nicht unterbrechen nope oh, das läuft, das läuft, das läuft ich seh nix Double Explosion, mir nach Meteor kommt ja, ja, mal lappen no time to catch you Attacker Try and make you run save our fire magics for another time Ah, Doppel-Ektrizität. Ah, kommst du noch runter oder bleibst du wieder oben, du feige Süd? Ja, der versucht, die Flügel zu treffen. Halt nicht immerhin. Ah, Doppel-Schock. Ey, wir kämpfen wieder bis in die Nacht rein, ey. Yes. Gegen die Attacke gekontert. Oh, ja. Jetzt mach dich bereit. What? Wie hat das dich so schnell erholt? Komplett. Ja, die Meteor-Schauer sind der absolute Oberschritt. Wollt ihr mich verarschen? Okay, dann geh ich zuerst zu Eric. In der Hoffnung. Das war so klar. Noch ne, noch ne Explosion. Okay, ich hab keine Heilung mehr. Außer dich. Ähm, geben. Ähm, geben. Die Meteore, ey. Ne, nutzen. Ne, falsch, falsch. So, so, so. Schon wieder, Alter. Dreimal treffen die mich. Nie wieder Meteor sitzen, ey. Alter. Es reicht. Es reicht. Dürfte ich bitte, was ist denn hier verkehrt? Alle tot. Was? Hey, es ist doch nichts zu fassen. Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier verkehrt? Eric ist recht tot. Das ging durch. Lass mich hier vorbei. Diese Attacken von den Tragen. Ist mir scheißegal. Jetzt portiert er mich wieder. Oh, ich hasse. Als ob ich da nicht vorbeirenne. Wo ist er? Ja, ich hör dich. Ja, ich seh dich nicht. Da oben. What? Okay. Ich seh, ich seh nicht. Ey, wenn, wenn dir Licht ins Gesicht scheint, ist dieses Spiel so rotzendunkel. Äh, weg. Bene. Bene. Alles, was dieses Spiel ausmacht, ist so brutalst. Und weg. Jetzt seh ich nicht mehr. Ja, ich bring ihn mal hin. Dürfte ich mich bitte wegbewegen? Was ist hier verkehrt? Und wieder Meteor Schauer. Hey, was ich mit meiner Ausdauer mache, verstehe ich überhaupt nicht. Nichts funktioniert. Mann, ey, dieser Kreis. Und das Wiederbeleben. Nichts funktioniert. Und Eric ist schon wieder tot. Und wieder kommt ein Zauber. 100 Pro. Ja, ich wusste es doch. Warum rennt ihr auch immer in diese Drecksminen? Als ob ihr keine Augen habt. Ihr seht schon, also... Und jetzt kommen hier doch Goblins, natürlich. Was? Warum? Was hat mich denn jetzt abge... Boah, dieses Game. Ich hab keine Feuerkacke. Ich hab keine Feuerkacke. Na, wieder Meteor. Ich hasse dich. Ich mach dich jetzt alleine Platz. Ich hab keine Feuerkacke. Oh, shit. Oh, man. Oh, Mann. Oh, Mann. What the fuck? Ja, ihr seid doch wieder alle Tote. Ja, natürlich! Wieso greifst du? Du greifst dich fünf Stunden lang, greifst du nicht. Das ist einfach so dusselig. Dass sie zum Ende, dass sie alle immer noch mal so auftreten. Mit welcher Klasse willst du denn... Wie? Wie? Ich sehe weder den Drachen. Dieses Game. Holy shit. Ausdauer gibt's nicht. Es gibt... Also wenn du dich einmal in dieser Spirale befindest, von wegen... Heilung. Warum kann ich nicht aufheben? Dieses... Diese Dreckskacke. Das mit dem Kreis. Und dass du genau hingucken musst. Und dass ich nichts... Ja, genau. Wieso macht er jetzt so ein... Ja, und Schwanzhieb. Ey, es ist doch nicht... Es ist doch... Ja, und noch Meteor-Schabal. Du stirbst eh gleich wieder. Jetzt habe ich die Meteor-Schabal. Zu dir. Könntest du bitte aufheben? Das Game. Das macht mich wuschig. So, ich bin wieder voll. So, da muss doch jetzt mal fallen, der Mistrache, ey. Da reg ich mich extrem auf. Und der Meteor-Schabal ist das Schlimmste, was es gibt. Das Gefliege und so, das ist alles so schlimm. Wieso? Warum fällst du jetzt ständig um? So, jetzt fliegt er wieder fünf Stunden. So, jetzt fliegt er. Auch will ich. Okay. 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 Und wieder die Ausdauer weg und ich kann nicht angreifen. Ich habe doch eine Konterattacke gemacht. Dieses Spiel macht mich so wuschig. Ich habe nichts mehr zum Heilen, aber ich habe noch einen Stein. Guck dir das an. Ich muss noch mal einen Stein kurz vorm Sieg nehmen. Greif ihn doch an, du dumme Pute! Guck des Willen! Ist das Stress. Holy moly! Ja, wow. Und was macht ihr? Ihr seid so dumm als KI. Das ist der absolute Wahnsinn. Uiuiuiui. Ja, Leute, also. Das sind harte Kämpfe. Die bisschen die Nacht dauern. Und dann kommen noch Goblins. Und dann kommt noch Meteor. Und dann kommt Wahnsinn. Und so Dummungen rennen überall rein. Ei, ei, ei.